So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid, Modul Immobilienmanagement und wir machen weiter im Zuge der Verrechnungspreise, gehen heute über zu den verhandelten Verrechnungspreisen. Ja, ich habe zwar schon eine Übersicht zu den Arten von Verrechnungspreisen hochgeladen, diese könnt ihr euch gerne in der Playlist Immobilienmanagement in unserem Kanal anschauen. Allerdings sind die verhandelten Verrechnungspreise etwas zu kurz gekommen, deshalb wollen wir dort nachbessern. Ja, verhandelte Verrechnungspreise bezeichnen eine dezentral festgelegte Steuergröße, da einzelne Bereiche anhand von Verhandlungen eigenständig über die Höhe von Verrechnungspreisen entscheiden. Damit haben verhandelte Verrechnungspreise eben die größtmögliche Autonomie der Bereiche gegenüber einer Zentrale unter den Arten von Verrechnungspreisen. Ja, vier Vorteile, vier Nachteile. Ich würde empfehlen, jeweils zwei Vor- und Nachteile auf ein Karteikähtchen zu schreiben und entsprechend auswendig zu lernen. So, als ersten Vorteil habe ich jetzt hier Verrechnungspreis ist das Ergebnis von Verhandlungen. Also, Verrechnungspreis ist das Ergebnis von Verhandlungen. Und dadurch genießen diese verhandelten Verrechnungspreise an Akzeptanz. Dann haben wir den nächsten Vorteil, und zwar Nutzung der eigenen besseren Informationsbasis. Die verhandelten Parteien verfügen über mehr Informationen als eine Zentrale, die den Verrechnungspreis festlegt. Also, Nutzung der eigenen besseren Informationsbasis. Dann drittens, hohe Motivation. Hohe Motivation. Und viertens, Verhandlungsgeschick wird belohnt. Also, am Ende steht ein Ergebnis. Und das Verhandlungsgeschick der Parteien wird entsprechend mit dem Ergebnis dann belohnt. Verhandlungsgeschick wird belohnt. Ja, das sind jetzt vier Vorteile. Schnappt euch zwei, oder ihr könnt auch alle vier lernen. Das ist ja nicht allzu viel. Packt das in einem Satz, in der Klausur, Hausarbeit, etc. hinein. Und dann habt ihr dort schon mal die Vorteile festgehalten. Ja, jetzt kommen wir zu vier Nachteilen. Und zwar, erstens, Verhandlungen sind zeitintensiv und konfliktträchtig. Ich denke, der Punkt ist auf alle Fälle nachvollziehbar. Dann, Verrechnungspreis ist abhängig von der Verhandlungsmacht. Verrechnungspreis ist abhängig von der Verhandlungsmacht. Den Begriff der Macht, den Machtbegriff, den habe ich ja schon bereits definiert im Übersichtsvideo, aber auch bei uns im Fragenkarlok und in vielen anderen Modulen auf unserem Channel war die Machttheorie. Unterschiedliche Arten von Machttheorien waren bei uns gang und gäbe. Zum Beispiel Macht nach Puppets oder auch die Resource Dependent Theory innerhalb der Organisationslehre. Wir haben uns da viel mit Macht beschäftigt, auch im Personalmanagement und so weiter und so fort. Schaut dort gerne mal vorbei. Macht ist einfach nur, dass ein Akteur in der Lage ist, den anderen Akteur in seiner Handlung zu beeinflussen. Also Verrechnungspreis ist abhängig von der Verhandlungsmacht. Ja, und hier gibt es auch unterschiedliche Machtbegriffe. Machtbegriffe, Expertenmacht zum Beispiel. Verhandlungsmacht. Dann dritter Nachteil und zwar Aussagen über Effizienz von Verhandlungen sind nicht möglich. Aussagen über die Effizienz. Effizienz. Effizienz ist einmal die Abwesenheit von Verschwendung. Wie effizient ist jetzt hier die Verhandlung gewesen? Kann man eventuell grundsätzliche Aussagen über Verhandlungen treffen und sagen, okay, die Verhandlungen sind immer effizient? Das ist eben nur schwer möglich oder sogar gar nicht möglich. Aussagen über die Effizienz von Verhandlungen nicht möglich. Von Verhandlungen nicht möglich. Denn das Verhandlungsergebnis hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Welche Alternativen gibt es innerhalb der Verhandlungen? Dann wer hat die Verhandlungsmacht? Wer hat die bessere Position innerhalb dieser Verhandlungen? Und hier jetzt Aussagen über die Effizienz von Verhandlungen zu tätigen. Schwer bis eben nicht möglich. So, dann Verrechnungspreis abhängig von den Alternativen der Bereiche. Verrechnungspreis abhängig von Alternativen der Bereiche. Ja, und am Ende steht eben das Verhandlungsergebnis Punkt. Das sind jetzt vier Vor- und Nachteile. Welche ihr davon auswählt, müsst ihr für euch entscheiden. Ich würde mich immer an eine Veranstaltung orientieren, an den Inhalten, die euch gestellt werden. Und mir dort entsprechende Informationen dann rausschreiben, lernen, nennen. Vier Vorurteile, vier Nachteile. Ich denke, das bekommt man hin, dass es einfach nur reines Auswendiglernen natürlich besser, wenn man nochmal diese Vor- und Nachteile erläutern kann. Aber der erste Schritt ist immer erstmal lernen, lernen, auswendig lernen, sich die Vor- und Nachteile aneignen. Und dann kann man in die Tiefe hineingehen. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao!